Was sieht dieses Map gut? Was sieht zum ersten Mal aus? Ah, da musst du kehren, wieso ladet die Map nicht? Ja, das ist normal, das passiert immer hier. Drachophagothation 2. Hier ladet die Map, warte mal, ich dreh dir nochmal neue Ballen und guck ob... Gute Ansage auf jeden Fall, ne? Muss man lassen. Ich hab so gewusst, dass nicht an mir liegt, sondern ein Crew, alter. Ich kann jetzt gar nicht mehr in der Bruchschlamm. Leute, wir streamen jetzt wieder Trouble und wir versuchen jetzt mal einen Grafen herzukriegen. Weil ich muss jetzt die Teile... Ich muss jetzt mal zeigen, wie das aussieht. Ich muss Gold zählen. Einfach rinbekommen. Das ist z.B. ein Drache. Hat er sich schon gegönnt. Ja, und dann bereits ist es nämlich wohl verstanden, aber... Ich hätte gedacht, man muss die Seelen hier, ihr seht es jetzt unten in meinem Elementar. Die linke Pfalz hast du, die drücke ich jetzt nicht, weil ich das sparen muss. Von dem muss ich 5 einsetzen, dann kriege ich einen kleinen Drachen. Den kann ich aber nicht verwenden. Ich hab ne Goldseele. Ich komm, warte ich teleportier mich. Dann bekomme ich, ähm... Also mit den Goldzählen bekomme ich halt irgendwann den ganzen Drachen. Und die hier teilen muss ich mir ablaufen. Nur die zu finden... Das ist dann mal. Und Feenstaub brauche ich irgendwann. Ja, und ich suche halt ein bisschen für ihn, weil ich brauch die auch noch mal. Goldzählen sind eigentlich sehr wichtig. Und darum dann... Wir dürfen uns nicht so oft zu teleportieren, weil sonst, äh... Konntest du dich immer nicht mal liefern. Wir müssen das Spiel neu starten. Ich hab ne Einladung zu Battlefield 1 bekommen. Ihr habt mich schon letztens gefragt, ob ich Black Ops 1 hab. Ist Battlefield 1, ich sag ihm so, ne. Und er... Okay, ladet mich jetzt ein. Alter Kino, ich hab ne übertriebene Höhle gef... Alter, ich hieß richtig viel Erz von dem Blauen, von dem Milieren und von dem Orangenen. So Granatenherz. Ja. Das ist jetzt... Du kriegst mal einen blauen Satz auch. Ne, ich krieg auch nicht da hinzu und zu weit und zu weit weg, glaub ich. Hm. What the fuck? Woll, ey, du. Das ist dieses Glimmzeug. Ich hab das so viel, glaube ich, schon mittlerweile. Ich hab tausend von dem. Es war nicht so viel, aber ich hab immer tausend. Ich hab immer tausend. Ich hab immer dafür, dass ich immer nur ein... Seidnisse base. Glimm sind, glaube ich, warte. Glimm sind. Hättet's gedacht, so normale Blöcke. Ich hab bei seiner Tü. Und da ist... Ne, ich verkaufe mal bei dir irgendwas. Der ist noch so ein Amt. Okay, wir sind auch nicht so weit. Dann herausfragen. Sammeln, Münzen und Verdiener. Na, ich glaube, ich mach das nicht. Oder ich mach das ein bisschen später. Ja, genau. Das zählt so, wenn ich 15 Minuten oder so... Ja, mit den letzten... Mit den letzten paar Minuten. Ja. Ich hab so ne... Das ist ne riesen... Ich hab so ne komische Vermutung, dass man das eher so in Land findet. Das... Ja, tu mal die auch. Und man, das ist auch... Hä? Geht! Ich hab so was komisches gefunden. Ich glaub, das ist aber keine Goldzähle. Das ist... Gar nichts gewesen. Einfach nur ein komischer normaler Block. Ah doch! Glasblock-Rezept. Ich hab ein Glasblock-Rezept bekommen. Ich guck mich jetzt ein bisschen rum. Ich hab die auch vorgegeben. Okay. Dann sehe ich vielleicht, ob ich mal ein Glasblasen bekomme. Bestimmt... Ein ganz bestimmtes Ding. Ganz bestimmtes Ding? Geil. Das ist das, glaub ich... Wenn du mir kurz... Wenn du mir kurz... Wenn ich da grad drauf bin. Ne, wach... Ah! Ah! Kino, ich könnte eine Starter-Klasse machen. Das ist das, glaub ich... Da hab ich von allem genügend... Okay, dann müsste ich eine Goldzähle ausgeben. Was bringt ne Starter-Klasse? Ja, was bringt das? Guck dir, das sind die... Das ist der... Das ist ein schlechter Charakter wahrscheinlich. Und ich komm mal kurz zu, ja. Ne Starter-Klasse... Ja, ich hab mich ja... Ja, ich hab mich ja... Ich hab eine... Eine Base-Klasse gemacht. No... Ja, ich hab mir diese... Was bringen eigentlich die Thronen, wo man sich grafen kann? Oder so. Echte. Wie hier. Die normalen. Enthält einen Ring der magischen Schaden. Keine Ahnung. Ich erkund mich jetzt erstmal ein bisschen. Was man hier so... Das hier hat ja... Truhe. Das ist... Platziere Ausrüstung in der Schmiede und ihre Statistik werden zu verändern. Ich brauch halt noch, ich kann das halt craften, das Ding. Ich brauch heute nur noch TN-Tag von Kirby. Du, da kann ich dieses Album mal diese Blöcke schaffen, kann diese bestimmt. Und man kriegt die öfters Rezepte. Ich mach mir jetzt erstmal 35 Bomben. Ich weiß nicht, wieso ich mach nicht. Obwohl, nee, 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 nee. Nicht 35. Vielleicht brauch ich das Teil. Ich glaub, ich brauch das nicht für meinen Drachen, aber trotzdem. Ich hab 5 Bomben hier. Ja, ich geb das auch nicht immer alles direkt auf. Weil ich find so Bomben sind eigentlich nur zum Abpacken, ja. Ja, ist egal. Warum crafte ich die mir auch? Bobine, hör auf, meine mich zu näher. Ey, du warst du meine Idee von meiner Base? Ja, ja, ich weiß, ich hab deine auch schon gesehen. Ich hab was mit mir gecraftet, ne? Aber ich... Chaos Schmied. What the fuck? Was ist ein Chaos Schmied? Und so. Ich hab was mit mir gecraftet und ich kann's halt nicht ersatzieren. Ich hab mir nur... Star-Tour-Plats... Ich hab mir nur... Star-Tour-Plats... Ich könnte ein Fluchslager machen. Was bringt mir das? Ich kann mir eine Basis-Klasse machen. Was bringt mir das? Ja, ich weiß, das hab ich auch. Ich hab mir davon ganz recht gemacht, aber das ist nicht gut. Ja, ich kann... Ihr könnt mir auch den ganz recht machen. Aber bei dem... Ich weiß nicht, ob ich mit dem Go spielen sollte. Nee, nee, ich mach das nicht. Ich würd mir, wenn schon hätte, der fortgeschrittene Klassen machen. Aber dafür muss ich halt Gold sehen sammeln. 4 von 10. What the fuck, was macht der Typ hier bei mir? What are you doing? Das ist... Das ist ja der Typ, das... Ich verfolgt den es. Was? What are you doing? Was? 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 Ich suche sauerhaft, aber ich finde grad gar nichts. Okay. weil ich mache eben die Sammler daraus, vor allem falls ihr euch fragt, was ich mache weil ich mit meinem, äh, Drachen hier rumreiten kann, Alter, ich wäre hier der schnellste Kino der Flitzer der Blitzer ich hoffe, dass hier einfach einer der vierten oder so werde, dass ich wenigstens auch dafür, wenn ich mir absagen kann weil ich habe ja mal, äh, ich habe ja mal schon 14, 16, oder? und man kann ja nie gehen, ich glaube das ist ja gerade mal 50, äh, Kölzer, oder? ich will jetzt nicht mehr in die Welt sein nein, ich bin nicht mehr in die Welt sein ich brauche in den beiden Dach what the frick warte ist das ich bin nicht mehr in die Welt sein ich bin… ich bin nicht mehr in die Welt sein muss man es nicht spielen oder brauchen wir? man muss das spiel du kannst die gegenstände ich hab auch gesehen so eine drachenseele eingesetzt ist das schlimm nein du musst doch zählen davon von der gleichen einsetzen ja ich habe draußen eine eingesetzt hast du diese eine gemacht die ich mir gemacht hat diese seele ja du kannst alle einsetzen muss jetzt insgesamt nur zehn einsetzen warte ich mache mir aber ich mache mir zwei wieder dann findet jetzt kommt ihr stoppen gold sehen und irgendwann unten guckt du kannst einen neuen gegenstand abholen okay aber vielleicht hat den baby drücken schon ja oh wie viel hast du denn schon gecraftet ne ahnung fünf warte jetzt muss ich nur gucken wahrscheinlich ist der bei äh gefährte ja 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 das ist weg das ist weg günter ist weg den wenn ich ich bin der papa wie soll ich denn nennen ich kann nicht mal günter nennen ich kann nicht mal günter nennen wie soll ja papa genau neuer papa manfred man ja man super gemacht manfred aber ist manfred ich würde sich an nennen gehen auf niemand ich habe das schon gemacht ich habe meine drachenmünzen schon abgeholt ich auch ja und wie dann drachenmünzen hast du ich habe 64 ich habe 57 weil ich gerade was eingesetzt habe wo kriegt man feenstaub her empfehlen weil dann weiß ich war am meisten dann kriegst du nein alles klar ich gehe mich verkaufen der eine boss hat mir gerade im einen langen habe ich gerade acht und ich glaube ich hab 68 78 macht dran gekommen ich bin jetzt 416 416 macht wenn ich gehen kann du kannst jetzt in meine welt kommt du bist bitte 460 16 streber ach so ich dachte du hast mich schon überholt ja ich bin eigentlich 60 und wenn ich das schon sehen aber so wenn ich das schon da hinten sehe was ist hat kann man hier ja ich meine ich selber nicht diesen herz stark ist ich bin nicht mehr lecker ich habe mir zwei dinge angegeben die so eine guck verhält hier unten ich bin unten wenn was so was ist das da macht hausen Pannere ja ja dann aument ich habe den langen namen gesehen schwanz wo die blühe langer schwanz ich auch will was mama im himmel guck mal richtung nw oder es wäre es wie siehst du den riesengroßen lutscher hier gibt es einen weg und nein ich habe zu mir jetzt noch gesehen guck mal was ich auf dem kopf habe kein eis wenn ich sage ist ein lutscher ist ein lutscher guck mal her guck mal her guck mal was ich auf dem kopf lutscher ich komme man nicht so schnell ich war schon durch waschen er kommt zu mir hoch ich habe sie ich hatte nur noch siehunderschaft damit was vor kotz sagen wir dass der bosque bei mir ist jemand anders mit einem tolleren drachen doch der drachen als du das geht nicht man kann kein schönes drachen haben ich habe doch das ganz gut wo ich ja gar nicht doch wir einfach alle zusammen getrohlt und und dann auf einmal hinter uns der weggenommen wir müssen alle erst mal eine schweigermüte eingehen los die interview lotte heraus hat ich auch jetzt alles wieder ich habe schon gut da ist ja auch nicht wartet nur weil ich nicht so schnell bin mit meinen poni ich kann mir nicht weiter das ist labyrinth für krebs ja das merken ja auch gerade meine pony das ist nicht töten alter ich glaube ich habe den weg und wer ich will auch den weg ach so hier ich bin nicht der erste wohnen ist bleib stehen du leggy typ du leckst wie so ein schwein alter guck mal wo ich bin ich muss das jetzt zubauen dass der typ nicht weiterkommt ich will helfen warte 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 ich habe eine idee ich habe weg zu leben was ist nicht gut gebaut hier hier muss man es so machen ja und wo hinter dir dann kommt kino und ruiniert alle kino sagt mir nicht dass du wieder oben bist ne ne ja ja aber komm mal kurz durchs portal warte jetzt will ich den weg hier sehen jetzt will ich den weg ist nicht unser ernst wir waren hier und haben die scheißfläche nicht gesehen sind wir blind ist ganz nach unten gegangen und hier ist der total nach unten und der typ ist glaube ich schon raus wenn ich brauche ich das ja er kommt mir ja schon draußen ich habe ihn gerade sehen wo wir sind mir egal ist mir egal nein kommt aufs sache ich gehe jetzt denken zu wünschen ich bin ganz oben sogar auf den x ich gehe doch hin ich bitte ich will sehen wo ist das denn lecker lecker ich glaube ich weiß dass du siehst was ist das ein kuchen doch mal ich bin ganz unten guck mal verloben ich habe es abgebaut ich habe es gemacht warum bewegst du dich hallo ja hallo du bist das machst du du stehst bin hier um ja herr wieso hast du mich dann eingebaut komm mal herr wieso ich dachte du bist weg lecker wo und du warst gerade meine scheiße was denn er sagt schon wieder alleine mr pingy ich habe mich gefunden die qualität internet verbindung reicht derzeit aus nicht aus um das spiel zu übertragen ich habe ihn wieder weg kino kommt guck mal herr ping guck mal hoch herr pinguin auch wenn er schon gemacht wurde was für was für eine kuh ich rufe deine mutter an welche meine erst mal erst mal waffen gehören ist das da unten schokoladenkupfer so wirst du schon wieder meine scheiße schokolade wüsste sich ja ja ich hatte schon einen hund erfüllt ich würde kommen drachen er war?". ja ich kann deinen weinen eigentlich warte card wenn jemanden man hat oder den credit kann mit jemandem der 10.000 1000 schaden der macht 1000 schaden wenn hier auch wenn ja Champs der wirft exklusive bomben der macht 1000 schaden also ich habe zu leben ich bin macht herunter geflogen in den lollipop in den lollipop in den lollipop in den lollipop hallo wollen wir freunde werden wieder belebt mich bitte ich lebe doch weil ich dich die ganzen sachen machen das ich habe ich habe nichts mehr zu heilen lenkt ihn ab alles kaputt machen ich habe nicht wollen die kurz die mich zu dir ja ich bin das war ein sehr schwacher ich bin die rolle habe ich mich hier robotiert heute ich musste zubauen zu mir ich habe sie leben wir sind in meiner roten kupfe ich komme nicht raus krieg ich da ist eigentlich jetzt wirklich guck mal ich bin wir schon wieder in deiner scheiße gelandet lass meine scheiße nur das ist für meinen drachen das klingt das ist gut davon mal unsere katze ja wüsste das was gegen was ist wenn man eigentlich deine scheiße mit fluss weitermacht nee 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 guck mal was ich noch verlängern mein fluss von schweißen nicht die machen so viel schaden ich mache zu fluss auf scheiße das wird der fluss aus karte muss ja raus komm immer in meinem haus ist einfach ein boss ich hab's ihr leben aber ich hab mich gerade geheilt okay ich hab oh 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 kino zeltet sich mal noch mal zu mir wenn ich muss mich besitzt gekauft macht man habe 16 ja guck mal meine neue wohnung an wir sind wirklich alles abformen bis zum letzten jetzt kann man nicht so richtig abgebaut das kannst du so schnell abbauen da kannst du sie dass ich das land aids dann weiter ich bin bei dem gleichen stadt wo komm mal zu mir ich weiß ich hab ich habe kuchen gefunden der greift mich an mit kuchen angreift ich baue die ganze treffe jetzt kaputt na also ich mache jetzt alles hierzu hier ist eine blume weil wir sind ja im studio hobby los ich bin ich mache einfach richtig zu spielen ich mag den ganzen dann wieder vor ich komme mir einfach alles zu weiß ich schön zu aber wo hat sich service heruntergeladen und hat zum dreck der spielers ja das wird jetzt so ein champagne glas für kino weil der jeden tag betrunken wenn auch vor spät gar nicht mit wochen groß ist nicht scheiß blume war ich noch musiker nachher stimm ich guck dir mal was ich hier mache bitte kommen mal kurz wenn du kommst jetzt ich bin darauf studiert du musst aber zu mir kommen jetzt nein musst du mir kommen bitte komm zu mir kommt zu mir wir sind nebeneinander kino sind wir das dann guckst du dir aber gleich auch meins an ja doch die schönste blume wo bist du denn bei so einer blume ja also nicht nicht in so einer großen blumen so eine kleine blume warum mir grad was schön ist alle leute wo mir grad zugucken denken sich wir wieder an den roten in der grünen grünen nein ich hab fehler begann ich sehe da war hinten was grün bist du hier drin an die das waren brauchen kommen wir wieder zu deinem stäbchen dazu also nicht so aggressiv ich brauche das ist zu ende konnte ja nicht zu mir doch ich komme jetzt wahrscheinlich bist du da drin wenn bist du in so einen großen turm nach oben lollipop als ob du jetzt grad einen ganzen lollipop von oben abbaust nein ich wollte es komplett zu kino ja was machst du da bist du drin ach so gehen wir kommen kurz kommen kurz unten raus bitte bitte kino bitte kino bitte komm mal mit komm mal was ich schon gemacht habe alles ich weiß du musst aber mit kommen siehst du die blume und den boss wenn du musst du ein kabi du musst gleich oben auf die blume drauf gehen da sie sind hallo ich hab mich zu der gehörte hallo 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 nicht viel gedrückt aber ich hab schon wieder ein haupt fickt die mini-teile ich habe 1001 gehen auf meine blume und guck mal hier oben wie schön guck mal gehen wir ja guck schön sagen dass es schön ist warum ist hier roter fleck und waren in der braunen das hast du gemacht jetzt guckst du dir meintan ich kann leider nicht dahin bei mir leckt ist ja war hier zu viel ich kann mich überall durch bewegen warum jetzt hier weg warum ich habe ihn weg wir sind so hobbylos na marvin was machst du so marvin sagt was marvin marvin sagt was sagt was hier ist der neue freund warte ist das die ist keine scheiße die soll hier ins wasser warte kommt die vielleicht ins wasser könnte als ob die nur die augenkrebs geil die weiter scheiße wieso kommst du nicht weiter kommst du hier weiter ja ja los scheiße ja ich bin so hobbylos wieso mach ich das Leute fragt mich nicht warum warum wieso mach ich so kino kino ja deine ich geh geh mal zu deinem lollipop mal kurz raus guck mal was ich jetzt gemacht hab komm mal mit hinter dir komm mal mit guck mal was ich jetzt erschaffen hab deine scheiße wo irgendwann das meer erobern wird that's beautiful oh wiii und jetzt geh mal unter das wasser und guck mal unter die scheiße augenkrebs du hast es gemacht du hast es runter fließen lassen ja ja oben war nämlich alles offen und das war hier irgendwie so verbagt dass das hier nicht weiter geht da habe ich einen glock ich muss wieder heile machen weil was passiert wird das denn weggehen hier braucht die mutheil machen ob der bau vermeister muss heile machen der bau da macht alles sauber genau der baumeister macht alles so sauber einmal kurz ich glaube ich müssen ihn auch noch machen oder ne ich glaube das reicht schon oder oder hier sind ja es geht weg da ja hier aber noch nicht noch quill jetzt gibt es ja überall wo man so platzieren kann sind noch quellen hier ist noch eine quelle jetzt geht's komplett weg nein meine kacke habe ich muss noch mal zum letzten mal wir haben teile gemacht wir verbinden ich verbinde das jetzt ich verbinde die andere quelle mit der die scheiße was ist ja gar nicht sauber müssen das ganze wieder heile machen hast du mich gefragt wird ja habe ich beende wahrscheinlich ja hier will die gelbe scheiße deine deine scheiße einnehmen nein doch teleport die ich mal zu mir war hier nicht das nicht dass die ärzte können die geister die guckt es an erwähnt seine lebensmission das wegzubauen ja die scheiße eine schnell mutter wie in portland dann weggehen aber es ist nur an der band aber da braucht mich was kino und vor ich meinen lebensmission nicht erfreundet hat darf ich nicht und da habe ich nicht wiederbelebt so kurz vor 14 im beherrschungs 15 normales level 3 weg mit dem stein der stein ist richtig stark ist nicht so was leckt mich aber warum nur mein hund nur mein pferd am indracht keine scheiße schnell sein weil das ist eine scheiße und die kanin ganz sicher ich helfe dem land hier ist ein fein sein man hat schon deine scheiße eingenommen ich habe deine scheiße eingenommen haha ich habe deine scheiße obert warte ich war einfach hier alles vor nein du kannst aber nicht immer im hauskonto weil schon dass das nachher nicht mehr da ist trotzdem ich wollte es um dein ganzes haus warte warte mach du mal das weite ich komme gleich wieder ich kann ja aber doch raus gehen Guck, ich bin mir ganz zäh. Ich kann hier noch raus und reingehen. Hier auch noch. Hier kann ich auch noch raus, ich slide mich da durch. Kannst du nicht. Soll ich dir zeigen, wie ich ganz leicht wieder rauskomme? Nein, nein. Ich kann nicht bauen wegen dir. Ein Handy hat vibriert. Irgendwann muss er ein Haus auf ne Max Höhe haben, oder? Dass ich irgendetwas über sein Haar bekomme. Reicht das schon? Nein. Lübt meinen Schwanz. Lübt meinen Schwanz. Lübt ihn ganz, 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 ganz so. Lübt ihn fest. Lübt ihn doll. Warte. Blablabla. Kann ich das machen? Denkst du, ich was machen? Oh. Wär jetzt mein Haus kaputt gegangen, ne? Ich baue mir jetzt ganz viele Bomben und zerstere dein Haus. Okay, mach doch. Bomben. Ich kann dir mehr, ich kenne so viele Kraften, ne? Was bist du in meinem Haus? Dann sage ich mir, soll ich mal richtig viele Bomben craften? Wir raten mal, wie schließe ich mit Kraften, ne? Ja, ja, warte mal Kraft, dir mal richtig viele Bomben. Dann werfen wir deine und meine Bomben in so ein Loch, dann craften wir uns beide so viele Bomben wie möglich und tun dann ein Loch machen, wo wir alles reinwerfen. Ich komme über 200 Bomben craften, ne? Ja, das ist ja gut. Warte, ich komme mal selbst, craft mir selber weiter. Bomben? Ich habe dann keine Uhr flammen mehr, aber ich glaube, das wollte ich auch so mehr. Ich mache mir 31 plus 1 und 2, ich habe 2 und 5. Da kann ich, kann ich überhaupt so viel mit 200. Achso, kann ich gar nicht. Ich habe aber knapp, ich habe 108. Warte mal, warte auf mich. Lass noch bestimmt die Stelle. Den, 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 den. Wie viel kannst du umschaffen? Ich habe 108. Warte, ich habe, 151. 151. 151. Warte, ich komme kurz raus raus. Komm, du komm, du komm. Ich habe eine Bombe. Zwei Bomben. Warte, wo bist du? noch nicht werfen jetzt werfen ja weil es gibt so es gibt einfach nur ein loch zu schwege da kommt noch einer mann lasst uns doch einmal ich habe so wenig leben ich will so viele materialen was dort ich auch sind tot nein 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 teleportier dich er saugt irgendeine magie an mich ran an die ich krieg sachen von unten transportiere dich bitte sicherheit ich will den skopje und hütten ich hab gewusst dass irgendwann kommt ja dann lass hoch und mehr hin zerstören einfach mal alle bomben einwerfen ich gehe ich gehe rein und werfen material ich hab mich bei mir lecks war wie total aber eine bomben werfen einfach nur rumdrücken einfach nur mit dem finger ich hab noch 16 alter was schönes Loch fertig alter kino guck mal wie wir uns entfernt haben von unserem weg sollte man warten viele blöcke habe ich jetzt ich habe 4800 rote blöcke ich gehe mich verkauft ich habe ich habe 3100 weiße blöcke ja ich habe auch 1183 von der roten 3000 von wir haben ja noch überall so viel über auf jeden fall bei allen haben wir jetzt über 1000 außer ich habe leider kein schwarz jahre schwarz glaube ich ja das ist schwarz das krieg ich nur das kriegt man nur bei seinem club das war kurz nach hause warte ich will hier noch du kannst nur schwarz bei dem haus sagen glaube ich warte wo bist du ich teleportier mich mal zu dir ja ich bin nicht bei dir in der lobby deine lobby ist voll kannst du mir beitreten ja aber da lass mal hier das Haus bauen da vorne ja hier so über mir hier hier kann man halt schwarz fahren ja ich gebe ihn grad bei meinem eigenen bisschen um deine ecke ähm ich verkauf mal meine Sachen ich guck mal ob ich schwarz fahren kann ist das schwarz ja bei mir zuhause kannst du das fahren das ist sehr nett braun ist das das ja das ist schwarz ja ich fahr jetzt einfach ein bisschen unter meinem haus ab ja heute bei meiner bei meinen haupt untergegangen ah ne ich habe eine idee ich baue einfach eine schwarze mine die baue ich hier in der ecke hier geht es einfach mal runter na 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 das gibt es nicht und eigentlich kann man glaube ich nicht weil es habe ich auch ja ja das weiß ich aber trotzdem einfach hier runter noch ein bisschen schwarze jetzt riechner um ja da wird es auch ein bisschen heller mit dem aber ich bin gerade 200 gegangen ab da war es nur noch schwarzer kommst du steine rum um komm mal zu mir aber runter ach ne das wüsst du gar nicht du ich hätt' gar gedacht das wüsst du aber irgendwer jumped grad mit seinem Pony hier und kann kostenlos ja und 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 klar hast du eigentlich ps club ja drachen kann sich drachen ich habe von diesen points man könnte ich leider ein chaos ist der chaos ist der chaos gewählen dann noch am spieler in der wachen das war aufzubauen und kann einstellen mit 15 tage spiel spielt wenn man also 850 Ich werde die Kabel aufnehmen. Okay. Dann wird die Kabel aufnehmen. Oh, da kommen die Tire-Dinger auf. Oh, da kommen die Tire-Dinger auf. Elektrik. Ich bin die Tire-Dinger. Oh, Gott. Lassen. Mh, den hab ich nicht mehr. Wir haben noch die Kabel aufgefangen. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Ich weiß nicht, ob ich dich vor Ort mal oder wo gehe. Ja, können wir hier. Mh, mh. Mh, mal ein bisschen ruhig an. Mh, kann ich ja nicht, wenn er nicht schwimmt. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Ich weiß nicht, ob ich das nicht mehr so weit verholt. Mh, mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. Mh, mh. geno. Mh. Ok, ich hab grad gedacht, ich hab ein disconnect- ہوage anbekannt. Dort habe ich Verstüge. Wart auf einen Spieler. Komm ein Team assassination mit. Ich base.» Alles klar, hör doch auf zu legen, Mann!